Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute möchte ich euch von meinen sieben Lieblingsspielmechanismen berichten. Ja, in Brettspielen, in Kartenspielen, in allen Gesellschaftsspielen gibt es verschiedene Mechanismen, die wir durchführen im Grunde genommen und die uns erlauben, das Spiel überhaupt erst zu spielen und die oftmals auch dafür verantwortlich sind, dass ein Spiel wirklich richtig gut ist. Und da gibt es die unterschiedlichsten Mechanismen, die einem auch unterschiedlich Spaß machen können, je nachdem, was für ein Typ man ist. Und ich möchte euch heute von meinen sieben Lieblingsmechanismen berichten. Es gibt im Internet Datenbanken mit Spielen und auch solchen Listen, welche Mechanismen es überhaupt gibt und die sind tatsächlich ellenlang, also da kann man wirklich Nuancen voneinander unterscheiden. Alleine in dem Beat-Mechanismus oder in dem Auktionsmechanismus-Sektor, da gibt es die unterschiedlichsten Formen von Auktionen, die man alle unterschiedlich benennen kann. Aber ich möchte euch heute eher so die Hauptkategorien vorstellen. Ich werde dann immer so ein kleines Beispiel geben, wie das aussieht, wie dieser Mechanismus funktioniert und dann noch ein bis zwei Spiele so als Beispiel geben, die ich besonders gut finde, die diesen Mechanismus haben. Ja und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir fangen einfach mal mit Platz 7 an. Auf Platz 7 habe ich das Roll bzw. Flip and Ride genommen. Der Unterschied zwischen Roll and Ride und Flip and Ride ist einfach, dass wir beim Roll and Ride einen Würfel würfeln und dann etwas irgendwo aufschreiben, notieren und beim Flip and Ride eine Karte umdrehen und dementsprechend dann, je nachdem, was auf der Karte zu sehen ist, etwas notieren oder etwas aufschreiben. Und es funktioniert meistens so, dass es ja einfach irgendwie ein allgemeiner Stapel ist oder ja vielleicht irgendwo ein allgemeiner Pool von Würfeln und der wird gewürfelt und dann kann man sich meistens irgendwie was aussuchen davon oder ja vielleicht kann man sich auch nichts aussuchen und da muss man dementsprechend was auf der Karte zu sehen ist, vielleicht eine Zahl oder vielleicht auch irgendein Symbol oder was halt auf dem Würfel zu sehen ist, eine Augenzahl, die dann vielleicht dementsprechend auch etwas heißt oder vielleicht auch je nachdem, welche Farbe der Würfel hat, man dann etwas eintragen muss auf seinem Zettel oder auf seinem Board. Meistens sind das etwas kleinere Spiele, die dann kleine Zettel haben oder so abgespare Tableaus und ja, da gibt es wirklich eine Vielzahl von Spielen, die diese beiden Mechanismen benutzen und ich finde diesen Mechanismus wirklich toll, weil ja, der ist so, man hat irgendwie, jeder hat meistens so die gleichen Informationen und derjenige, der sich quasi die besten Sachen rauspickt, der gewinnt am Ende des Spiels oder der ja die beste Kombination in Summe dann sich rausholt bis zum Spielende, der gewinnt dann. Also ja, ein toller Mechanismus, muss ich sagen. Lieblingsspiele, ja ich würde sagen, so ganz schön clever ist eines meiner Lieblingsspiele definitiv, die ganze ganz schön clever Reihe, bei dem wir ja immer so unterschiedliche farbliche Würfel rausziehen und dadurch dann irgendwo was eintragen können. Dann finde ich noch Railroad Inc. sehr cool. Da würfeln wir auch, da sind dann so Schienen und Straßen zu sehen und je nachdem, was da zu sehen ist, müssen wir dann Schienen und Straßen auf unser Tableau eintragen und so ein cooles Netzwerk bauen. Aber zum Beispiel auch Welcome to the Moon ist ein tolles Flip and Ride, bei dem wir so Karten aufdecken, die dann immer vorderen Rückseite zeigen. Das ist immer so eine Kombi bei drei Stapeln und dann haben wir quasi immer eine Zahlen-Aktionskombination, die wir uns aussuchen müssen und dann müssen wir Zahlen auf unser Board eintragen und dann möglichst viele Punkte damit holen. Richtig coole Spiele, die auch wirklich sehr kurzweilig sind, deswegen Flip and Ride und Roll and Ride gehört wirklich zu meinen Lieblingsmechanismen. Dann kommen wir zu Platz 6. Auf Platz 6 habe ich das Rondell bzw. den Rondellmechanismus. Der Rondellmechanismus funktioniert so, dass wir meistens entweder mit unserer Spielfigur oder vielleicht auch mit Würfeln, die ja irgendwelche Arbeiter oder irgendwelche Figuren symbolisieren sollen, auf einem Rondell herumlaufen. Manchmal können das auch neutrale Würfel sein oder neutrale Figuren, die wir dann speziell nur bewegen, wenn wir am Zug sind. Manchmal sind das aber auch eigene Figuren und meistens ist es so, dass wir dann auf diesem Rondell quasi einen Kreis, auf dem dann verschiedene Sachen abgebildet sind, mehrmals über dieses Rondell laufen können. Und je nachdem, wie weit wir laufen, können wir dann verschiedene Dinge tun. Es kann sein, dass wir entscheiden können, wie weit wir laufen. Es kann sein, dass wir nur bestimmte Anzahl von Schritten laufen können auf diesem Rondell. Und je nachdem, wo wir dann irgendwie landen, können wir dann bestimmte Dinge tun. Da gibt es wirklich richtig viele coole Spiele und gerade im Kennerspielbereich wird das Ganze doch häufiger in letzter Zeit eingesetzt, finde ich. Also was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist High Rise. Das ist so ein Spiel, bei dem wir ja so Wolkenkratzer bauen. Das hat auch ein Rondell und je nachdem, da können wir auch entscheiden, wie weit wir laufen. Je nachdem, wo wir dann landen, können wir dann entscheiden, ob wir vielleicht einen Wolkenkratzer bauen, ob wir uns Ressourcen holen, solche Dinge. Und dann müssen wir es schaffen, irgendwie innerhalb dieses Rondellmechanismus möglichst effektiv die Aktion zu machen oder überhaupt effektiv das Spiel zu spielen und die meisten Siegpunkte zu erlangen. Dann kommen wir zu Platz 5. Auf Platz 5 habe ich die Deduktion gesetzt. Deduktion ist wirklich ein Mechanismus, den ich liebe. Ich liebe es, über verschiedene Situationen zu grübeln und die einzelnen Zusammenhänge zusammen zu puzzeln und quasi mir einen Sinn oder irgendwie eine Lösung zu deduzieren. Da gibt es verschiedene Arten von Spielen. Es gibt Social-Deduktion, also soziale Deduktion und reine Deduktion und ich meine in diesem Fall aber die reine Deduktion. Es ist quasi, ja, im Wort Detektiv steckt das Wort auch schon drin. Das heißt, wir spielen eigentlich Detektiv. Wir haben verschiedene Informationen und wollen diese zusammen puzzeln, damit ein Gesamtbild entsteht, um dann eine Lösung herauszufinden. Das kann ja in Form von irgendwelchen Hinweisen sein, irgendwelche Sätze, also das oder mein Lieblings-Deduktionsspiel ist immer noch Cryptid, muss ich sagen, bei dem wir ein Monster suchen müssen, beziehungsweise wir müssen eigentlich ein bestimmtes Feld suchen und jeder hat, ja, so Informationshappen, die dann eigentlich zusammen ergeben, dieses Feld ergeben. Und dann muss man mit schlauen Fragen und vielleicht auch schlauen Antworten herausfinden, welches dieses Feld sein könnte. Da gibt es dann noch verschiedene andere Beispiele, zum Beispiel die Suche nach Planet X, bei dem wir quasi so einen Himmel haben oder, ja, was ist das, so ein Sternenhimmel, der es in verschiedene Sektoren unterteilt und wir müssen diesen einen Planeten finden. Wir müssen herausfinden, wo dieser Planet X ist. Und auch da ist es so, das ist dann App-gesteuert, da müssen wir durch schlaues Fragen herausfinden, ja, welche Sachen auf welchen Feldern sind und weil wir bestimmte Zusammenhänge kennen, weil irgendwie Objekt A nicht neben Objekt B sein kann, weiß ich, dass irgendwie Objekt C nur da und da sein kann. Und da müssen wir, ja, versuchen, irgendwie diesen Planet X zu finden. Ja, und da gibt es so viele weitere gute Spiele, aber ich weiß auch, dass viele, auch jetzt in der Brettspiel-Community, tatsächlich Deduktionsspiele nicht so toll finden. Also, tatsächlich laufen meine Videos über Deduktionsspiele nicht so gut, aber, ja, davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich mag Deduktionsspiele wirklich sehr gerne und, ja, Crypted und die Suche nach Planet X. Und jetzt vielleicht auch The Search for Lost Species, das ist ja jetzt quasi der Nachfolger von die Suche nach Planet X, sind wirklich grandiose Deduktionsspiele. Dann kommen wir zu Platz 4. Auf Platz 4 habe ich das Backbuilding genommen. Backbuilding, ja, wir müssen uns quasi einen Beutel bauen, beziehungsweise den Inhalt eines Beutels, eines Bags. Das kann man im übertragenen Sinne sehen. Es funktioniert auch, wenn man Backbuilding außerhalb von Beuteln macht, sondern, ja, sich quasi irgendwo ein Sammelsurium sammelt. Und dieses Backbuilding, das, ja, das soll so funktionieren, dass wir quasi, ja, unsere Wahrscheinlichkeiten verändern, und zwar zum Guten. Der berühmteste oder, ich würde sagen, auch der bekannteste Vertreter vom Backbuilding-Mechanismus ist auf jeden Fall die Quacksalbe von Quedlinburg. Da ist es so, dass wir immer Zutaten in unseren Beutel werfen und dann nach und nach diese Zutaten aus unserem Beutel ziehen. Es gibt aber auch schlechte Zutaten in unserem Beutel. Und wenn wir diese ziehen oder zu viele von diesen ziehen, dann explodiert unser Kessel. Ja, die Zutaten tun wir nämlich in einen Kessel. Und, ja, wir versuchen dann nach und nach uns immer weitere, coolere Zutaten einzukaufen oder in unseren Beutel zu legen und dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir, wenn wir etwas aus dem Kessel ziehen, dass was Cooles ist, was wir gebrauchen können, was uns hilft, irgendwie eher zu gewinnen. Und das Ganze ist natürlich einfach auch ein Teil, immer push your luck, wenn man Backbuilding betreibt, hat es immer auch sehr viel mit Glück und Pech zu tun, weil wenn man, egal wie viele gute Zutaten man quasi in seinem Beutel hat, es kann immer passieren, dass man nur die schlechten zieht, aber man beeinflusst beim Backbuilding einfach die Statistik. Und das ist wirklich so ein, ich finde das so ein sehr schöner Mechanismus, bei dem man ja so ein bisschen so dieses Casino-Feeling hat, bei dem man so ein bisschen, ja, gambeln kann. Und das mag ich sehr gerne beim Backbuilding. Und, ja, man hat immer das Gefühl, dass man eine Steigerung hat, dass man etwas aufbaut, dass man besser wird in dem Spiel, beziehungsweise in dem Mechanismus oder in den Sachen, die man da zieht oder, ja, oder würfelt. Es gibt zum Beispiel auch, was ich auch sehr cool finde, Rolling Heights, das Spiel. Da wirft man keine Zutaten in den Beutel, aber da hat man quasi so eine, ja, verschiedenfarbige Arbeiter, die einem helfen sollen, Gebäude zu bauen, denn man möchte so eine Stadt aufbauen. Und diese würfelt man auch in so einer kleinen Kiste. Und je nachdem, ja, ob die dann stehen oder liegen, kann man dann verschiedene Dinge mit ihnen tun. Und das ist auch quasi so eine Art Backbuilding-Mechanismus. Dann kommen wir zu Platz 3. Auf Platz 3 schließt sich der Kreis, das hatte ich ja eben schon genannt, Push Your Luck, den Mechanismus. Und diesen habe ich auf Platz 3 gesetzt, weil ich ihn einfach liebe und ich hasse ihn zugleich. Also dieser Push Your Luck-Mechanismus ruft bei mir einfach so starke Gefühle auf. So, ja, dass ich fühle mich beim Spielen immer irgendwie so hin und her gerissen. Und ja, da muss ich einfach sagen, es ist ein so cooler Mechanismus, bei dem man, ja, nie ruhig bleiben kann am Tisch, bei dem immer was passiert, bei dem man, ja, sich freuen kann, bei dem man, ja, sich ärgern kann. Und ich finde, das macht Spielen auch irgendwie aus. Bei Quacksalber von Quedlinburg hatte ich schon gesagt, in Kombination mit dem Backbuilding, wir versuchen quasi bei Push Your Luck, ja, unser Glück herauszufordern. Bei Quacksalber von Quedlinburg ist es so, dass wir ja diese Zutaten aus dem Beutel ziehen und ja, da können wir dann immer entscheiden, auch noch weiterzuziehen, obwohl wir vielleicht kurz davor sind, dass unser Kessel explodiert und wir wissen, es sind gar nicht mehr so viele gute Zutaten im Beutel, können wir unser Glück herausfordern und noch eine Zutat ziehen und noch eine Zutat ziehen und quasi, ja, irgendwann können wir dann sagen so, hm, okay, ich glaube, ich höre jetzt auf, weil es zu riskant ist oder wir machen das so lange, bis wir dann doch explodieren und ja, dieses Glück herausfordern, das ist so dieser Hauptbestandteil von diesem Push Your Luck und da gibt es auch noch wirklich richtig coole andere Spiele, wie zum Beispiel Port Royale. Port Royale ist so ein Spiel, bei dem wir so Schiffskarten beziehungsweise so, ja, was sind das, Karibik-Karten ziehen, das sind so Charaktere aus der Karibik, das spielt alles in der Karibik und da wollen wir möglichst viele Dublonen sammeln, aber es ist so, dass wir auch solche Piratenschiffe aufdecken können, also wir ziehen quasi immer eine Karte vom Stapel, decken die auf und können dann entscheiden, ob wir eine weitere Karte vom Stapel ziehen und so weiter und so fort. Das können wir aber nur so lange machen, bis nicht eine bestimmte Anzahl von Piratenschiffen aufgedeckt worden sind. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir leider verloren, wir bekommen leider gar nichts, falls das aber nicht der Fall ist, bekommen wir Münzen und wir können uns noch Karten kaufen, um unsere Auslage zu verbessern und, ja, das ist dann auch so ein, immer so ein, immer so dieses hin- und hergerissen sein zwischen, ah, nehme ich noch eine Karte oder nehme ich keine Karte mehr, ah, ich brauche noch eine Karte, die irgendwie kein Schiff ist, aber es liegen schon zwei Schiffe, ah, mit dem dritten Schiff bin ich weg und, ah, das ist, ja, das finde ich einfach ein richtig cooler Mechanismus und natürlich ist sehr viel Glück dabei, sehr viel Pech dabei, aber, ja, ich stehe einfach drauf. Dann kommen wir zu Platz 2. Auf Platz 2 habe ich das Engine-Building. Engine-Building, wir bauen uns eine Maschine. Ja, und das funktioniert eigentlich genauso, wie es sich anhört. Wir wollen etwas bauen, was uns immer stärker, immer besser macht, was immer besser läuft und dieses Gefühl braucht man beim Engine-Building. Also, ganz einfach gesagt, wir, wir haben am Anfang vielleicht eine Aktion und die können wir irgendwie machen, bis wir uns im Laufe des Spiels eine weitere Aktion kaufen und nun können wir eine weitere Aktion machen, wenn wir dran sind und vielleicht kaufen wir uns dann noch etwas, was uns noch eine weitere Aktion macht oder wir kaufen uns quasi nach der ersten Aktion eine zweite Aktion, die unsere erste Aktion besser macht. Solche Dinge bezeichnen wir als Engine-Building und, ja, wir haben quasi einen nicht-linearen, aber kann auch ein linearer Aufbau sein von, ja, Dingen, die im Spiel uns stärker machen, uns besser machen, einfach besser laufen. Man bekommt immer mehr Ressourcen von Runde zu Runde, man bekommt immer mehr Aktionen von Runde zu Runde, man bekommt immer stärkere Sachen von Runde zu Runde und da sind so sehr coole Vertreter, zum Beispiel Revived. Revived ist so ein Expertenspiel, bei dem wir eine untergegangene Zivilisation spielen und mit dieser können wir uns auch eine kleine Engine aufbauen, indem wir verschiedene Karten in unser Deck holen, verschiedene Karten auf bestimmte Slots spielen. Diese Slots können wir im Laufe des Spiels stärker machen, das heißt, ja, wenn ich das erste Mal die Karte dahin spiele, kriege ich vielleicht irgendwie eine Ressource, wenn ich dann in der nächsten Runde die Karte auf den Slot spiele, kriege ich schon irgendwie zwei oder drei Ressourcen, da kann ich dann noch Sachen entdecken, die mir auch nochmal wieder Boni bringen. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da ist es wirklich so, am Anfang gehen die Züge super schnell, man hat irgendwie eine Möglichkeit, man schiebt eine Karte, kriegt eine Ressource und später ist die Engine einfach so aufgebaut, dass man so viele Möglichkeiten hat und dass die Züge auch immer länger und länger dauern und man einfach sich viel mächtiger und viel stärker anfühlt. Und ich finde das einfach ein, ja, das ist so ein Mechanismus, der sich so belohnt anfühlt, wenn man am Anfang irgendwie, ja, so irgendwie dahin kriecht so und irgendwie gar nichts machen kann und später geht das dann alles auf und man macht und tut und das ist einfach, es fühlt sich super belohnt an und motiviert einen auch, bis zum letzten Ende an seine Engine zu feilen und alles noch so verbessern und vor allen Dingen kann man das ja auch von Spiel zu Spiel wiederholen und deswegen finde ich Engine Building einen wirklich exzellenten Mechanismus. Und dann kommen wir zum Platz 1. Auf Platz 1 habe ich den quasi fast ältesten Mechanismus gesetzt, ich bin einfach noch nicht davon weg, obwohl ich jetzt ja schon ein paar Jährchen spiele und man fast vermuten mag, dass irgendwann so ein bisschen das nachlässt, dass man das cool findet, aber nein, ich finde Worker Placement ist einfach immer noch mein Lieblingsmechanismus. Wenn ein Spiel Worker Placement hat, bin ich dabei, ich möchte es ausprobieren und ich finde es dann wahrscheinlich auch gut. Worker Placement ist ein Mechanismus, bei dem wir Spielfiguren haben oder Würfel, es gibt auch, man kann es auch als Dice Placement bezeichnen, wenn es Würfel sind, bei dem wir die Würfel oder die Spielfiguren auf einzelne Slots stellen oder auf einzelne Felder stellen und mit diesen dann etwas ausführen können. einer der bekanntesten und ältesten auch Spiele, die zumindest ich gespielt habe, ist Agricola, bei dem wir einen Bauernhof aufbauen müssen und dort haben wir auch Worker, die wir auf bestimmte Aktionsfelder setzen können und immer wenn wir den dann irgendwo hinsetzen, dann können wir irgendwas machen, wie zum Beispiel, wir bekommen dann Ressourcen oder wir dürfen eine Karte ausspielen oder wir dürfen irgendwelche Schafe uns kaufen oder, oder, oder. Also da gibt es die verschiedensten, ja, auch die verschiedensten Versionen quasi des Worker Placement Mechanismus. Ja, da kann es sein, dass Worker, dass das eigene Worker sind, die man hat. Ich hatte schon gesagt, es können Würfel sein, es kann sein, dass das ein genereller, allgemeiner Worker Pool ist, aus dem man sich bedienen kann. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie die Worker sein können. Die können unterschiedlich stark sein, je nachdem, was für Worker es sind. Die können unterschiedliche Farben haben und dann unterschiedlich einsetzbar. Sie können unterschiedlich, es können unterschiedliche Orte sein, eigene Worker Placement Felder, allgemeine Worker Placement Felder. Dann gibt es Mechanismen, wo man Worker umtauschen kann. Und so gibt es extrem viele Worker Placement Spiele oder Spiele, die Worker Placement Mechanismen haben, die aufgrund der Eigenart oder der Andersheit dieses Worker Placement Mechanismus so ihren eigenen Kniff haben, der dann besonders interessant ist. Das ist auch sehr ähnlich zur Action Selection, bei dem man quasi nicht irgendwelche Worker irgendwo hinstellen muss. Aber ja, es funktioniert ähnlich. Und ja, Worker Placement Spiele, Agricola hatte ich schon genannt. Ich habe ja zum Beispiel Ceres gespielt. Das finde ich auch ein sehr geiles Worker Placement Spiel. Da hat man so eigene Worker, die man auf allgemeine Felder setzen kann. Und es gibt allgemeine Worker, die man auf eigene Felder setzen kann. Und dann muss man immer, ja, es ist immer so eine Entscheidung, ja, okay, welchen Worker nehme ich jetzt? Welche Worker brauchen die anderen noch? Sehr viele coole Mechanismen in den unterschiedlichen Worker Placement Spielen, die mich immer wieder neugierig machen auf solche Arten von Worker Placement Spielen. Das war es mit meinen sieben Lieblingsmechanismen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt natürlich zu den einzelnen Mechanismen noch so viele Spiele, so viele gute Spiele vor allen Dingen. Zum Beispiel beim Rondell hätte man auch noch mal Great Western Trail erwähnen können, was ja ein grandioses Spiel ist. Und ja, so gibt es bestimmt etliche Spiele, etliche gute Spiele, die ich jetzt nicht als Beispiele genannt habe für die einzelnen Mechanismen. Und ja, damit der Community hier geholfen ist, schreibt doch gerne mal in die Comments eure Lieblingsspiele zu vielleicht einem oder zwei Mechanismen, die ich hier vorgestellt habe, die euch vielleicht auch gefällt. Also der ein oder andere Mechanismus wird ja bestimmt dabei sein, den ihr auch ganz gut findet. Und ja, würde ich mich drüber freuen. Und ich lese das sehr gerne und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, da ist bestimmt das eine oder andere richtig cooles Spiel dabei. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ja gerne einen Daumen nach oben und lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf dem Kanal, damit ihr auch kein cooles Rettspiel-Video mehr verpasst. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ein weiteres Video zu schauen. Da hätte ich hier zwei Vorschläge. Hier oben ein gespielt Video von mir. Da stelle ich immer sieben Spiele vor, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe und rankt die dann noch in so einer Zufallskategorie ein, die ich dann aus einem Beutel ziehe. Und hier unten noch ein YouTube-Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht auch ganz gut. Schaut einfach mal rein und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Ciao, ciao!